Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Es ist wirklich möglich, der Titel ist kein Fake oder ähnliches, es könnte wirklich sein, dass Millionen, aber Abermillionen Menschen in diesem Land ihre Wohnung, Schrägstrich ihr Haus, verlieren werden. Das Ganze wird aktuell durch die EU wieder mal geplant und ich habe im Verdacht, dass Robert Habeck da ganz stark mit drin steckt, dass er diesen Kurs sehr, sehr gut findet. Alles läuft unter dem Deckmantel der energetischen Sanierung der Häuser und darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Video. Abo nicht vergessen, los geht's! Ja, wir schauen dazu in einen etwas älteren Artikel, der ist aus dem Dezember letzten Jahres, nämlich rein beim Spiegel, der hieß, geplante Sanierungspflicht, Zitat, für viele Hauseigentümer wird es teuer. Wer ein schlecht gedämmtes Haus besitzt, wird dies in den nächsten Jahren möglicherweise modernisieren müssen. Die EU-Kommission will Eigentümer zur Sanierung von Altbauten verpflichten, dabei fehlen schon jetzt die Handwerker. Und das musste ich auch in den letzten Jahren für mich erstmal verstehen und lernen. Altbau habe ich immer gedacht, wo ich noch studiert habe zu der Zeit, hatte ich eine Kommilitonin, die in Bonn studiert hat und die hat wirklich in einem Altbau gewohnt. Da waren diese Holzdielen mit ganz großen Fugen, wo ganz viel ekliger Dreck drin war und so weiter. Und dieses Haus war von 1912 vielleicht irgendwas, 1915 in dem Bereich, stand auch draußen am Gebäude. Ich habe die Zahlen nicht mehr genau vor Augen, aber es war wirklich für mein Verhältnis das Altbau. Ganz hohe Decken, Stuck, wunderschön, aber halt ein Altbau. Altbau wird aber im Sprachgebrauch immer auch dann verwendet, wenn es ein Haus ist, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. So zum Beispiel ein Haus von 1980, 1990 wird heutzutage schon als Altbau bezeichnet. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man ist also hingegangen vor 30, vielleicht 40 Jahren, hat ein wunderschönes, tolles Haus gebaut auf einem coolen Grundstück. Und unterm Strich ist es jetzt ein Altbau, weil es nicht mehr der grünen Philosophie von Energie, Sparpotenzial und so weiter erreicht. Und ihr könnt ja gerne in den Kommentaren mal reinschreiben, in was für einem alten Gebäude wohnt ihr denn? Wohnung oder auch Haus und welches Baujahr hat das denn? Ungefähr, von mir aus auch nur das Jahrzehnt. Das würde mich interessieren. Ich weiß, dass diese Wohnung hier, in der ich aktuell wohne, in den 1990er Jahren, 1995, 1998 in dem Bereich gebaut wurde. So und dementsprechend geht es nämlich hier direkt in die Vollen. Bis 2050 sollen sämtliche Gebäude in der EU klimaneutral sein. Das ist das Ziel, welches die Kommission in ihrem Fit for 55 Paket vorgegeben hat. Mit der neuen Gebäuderichtlinie, deren Entwurf sie an diesem Mittwoch in Brüssel, das war im Dezember nochmal, bereits vorgelegt hatte, konkrete Sie, wie die Modernisierung in Schwung kommen soll und so weiter und so fort. Und da geht es speziell darum, viele von euch kennen das ja bestimmt, wenn man schon mal ein gebrauchtes Haus gekauft hat oder auch eine Wohnung oder ähnliches, dann muss man ja einen sogenannten Energieausweis nachweisen. Wir sind ja bei der Verbraucherzentrale und gucken uns diesen Energieausweis an. Wir sehen nämlich hier so eine Skala. Wer das nicht vom Haus kennt, kennt es vielleicht vom Kühlschrank, vom Fernseher, wo man den Stromverbrauch dann sehen kann. Und hier geht es halt darum, wie viele Kilowattstunden pro Quadratmeter braucht man denn, um dieses Haus zu betreiben, in Anführungsstrichen. Und klar, das ist in der Ampelfarbe hier gehalten von A plus in grün bis über hier CD, wird so leicht orange bis hin zu rot. Da bist du ganz böse, wenn du im G- oder im H-Bereich bist und hast 225, 250 oder gar mehr Kilowattstunden pro Quadratmeter per annum. So, und wenn wir uns das Ganze hier unten nämlich angucken, Objekte, die heute zur schlechtesten Kategorie G gehören, sollen demnach so saniert werden, dass sie mindestens die Klasse F erreichen. Also man möchte zwangsläufig das Ganze machen, dass man von einer Klasse hier unten, G beispielsweise, wird hier als Beispiel angenommen, auf F kommt. So, dass man hier eine Einsparung hat, weil man zum Beispiel einfach verglaste Fenster drin hat. Vielleicht keine Kunststofffenster, sondern Holzfenster, wo man nochmal einen besseren Dämmwert erzielen kann, etc. pp. So, dass es natürlich auch günstiger ist für den Bewohner. Das will ich natürlich nicht außen vor lassen, keine Frage. Aber, da kommt direkt die erste Frage auf, was kostet denn sowas? Was kostet denn also solche Sanierung? Und ich habe ein Beispiel gefunden dafür, das ich euch zeigen möchte. Und da sehen wir nämlich hier auf effizienzhausonline.de die Kosten für eine Sanierung. Was kostet eine energetische Sanierung? Vorausgesetzt, das ist jetzt auch mit der Materialverfügbarkeit überhaupt machbar. Dachdämmung, je nach Dämmvariante zwischen 100 und 180 Euro pro Quadratmeter. Dann hier Dämmvariante für die Fassadendämmung. 30 und 200 Euro, da werden dann verschiedene Sachen davor gemacht. Und ich hatte auch bereits im Olli-Rente-Kanal schon darüber berichtet. Wenn diese Dämmung, die teilweise 10, 20 Zentimeter dick sein kann, auf das Nachbargrundstück ragt, ist es in Ordnung. Das muss man sich mal überlegen, was hier alles in Kauf genommen wird unter diesem Deckmantel und so weiter. Interessant ist hier unten die Rechnung. Die Rechnung für ein Baujahr von 1980 Haus, ein Familienhaus mit 200 Quadratmetern. Also noch nicht mal ein alter Schinken, wisst ihr? 1980, 40 Jahre für ein Haus. Was ist das denn? So ein Haus, wenn es gut, solide, aus Stein auf Stein gemauert wurde, was in den 80er Jahren viel gemacht wurde, dann hält so ein Ding noch 100 Jahre, vielleicht sogar 200 Jahre, wenn es natürlich in Stand gehalten wird. So, und dann kommt jetzt hier verschiedene Kosten zusammen, hier zum Beispiel Dämmung der Kellerdecke 5000 Euro, Materialkosten hier für Dachbodendämmung 1400, sind wir bei 6000. Dann haben wir hier den Fensteraustausch, der wird bemessen, hier oben stand es, 500 bis 800 Euro je Fenster. Wenn du jetzt ein schönes Haus mit zahlreichen Fenstern hast, kannst du hochrechnen, hast 20 Fenster, kannst du hier rechnen, zahlst du mal direkt 15.000 Euro, wie auch hier, sind wir bei gut 20.000 Euro. Dann natürlich ein ganz großer Punkt für Solarthermie oder ähnliches, sofern man natürlich überhaupt erstmal eine neue Heizung aktuell bekommt, ist ja die Frage, sind wir hier bei, machen wir 20.000 draus, sind wir insgesamt bei 40.000 Euro, dann kommt noch eine Fassadendämmung und so weiter hier, nochmal ca. 20.000 Euro. Das heißt, du sollst für nur ein 1980er-Haus aktuell einplanen, eine Renovierungskosten oder Sanierungskosten von 50.000 bis 60.000 Euro. Ja, Brustmahlzeit, das können viele nicht leisten. Und das Ganze wird jetzt wieder auf die rechtliche Situation zurück, so wie es hier geplant war von der EU. Heißt es, private Eigentümer sollen verpflichtet werden, bis 2030 ihre Häuser zu modernisieren, öffentliche Gebäude bis 2027 und so weiter. Und wie viele Wohnungen in Deutschland sind denn betroffen? Oder auch Häuser? Von der neuen Richtlinie sind knapp 15% der insgesamt rund 220 Millionen Wohnungen in der EU betroffen, also etwa 35 Millionen. Und wenn wir uns dazu verschiedene Statistiken angucken, habe ich das hier rausgesucht. Das ist, ne, die hier zuerst, die brauchen wir zuerst. Bei D-Statis, Wohnungsbestand Ende 2020, 42,8 Millionen Wohnungen in Deutschland. Okay, so, und dann haben wir jetzt hier, muss man 1.000 angucken, 42 Millionen. Das ist in den letzten 10 Jahren dann gerechnet von 20 bis 2010 mehr geworden, etwas über 2 Millionen Wohnungen mehr. Also, dass wir gut und gerne hier leben können. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wie viele Wohnungen sind denn in welchem Altersbereich? Und das finden wir hier, Wohnungen nach Baujahr und Bundesländern. Wir gucken uns das Ganze aber nur für Deutschland einfach an. Dann sehen wir jetzt hier, ist ein bisschen eine andere Zahl, weil die 2018 ist, 41,9 Millionen. Runden wir 42 Millionen. 10 Millionen Wohnungen, sogar mehr, sind vor 1948 gebaut. Da passt die Rechnung mit den 60.000 Euro, die wir gerade gemacht haben, hinten und vorne nicht. Da kannst du vielleicht deine 200.000 Euro rechnen. Dann sehen wir die Gebäude hier von 49 bis 78 sind auch super, super viele. 17 Millionen. Dann sehen wir hier erst den Bereich von 79 bis 90 mit 5 Millionen Wohnungen und 91 bis 2010 mit 6 Millionen. Wer oder wie, müssen wir es eher fragen, wie sollen die Betroffenen das bezahlen? Und jetzt werden bestimmt einige in die Kommentare schreiben, ja, Oli, ist doch kein Problem. Dann machst du das halt einfach nicht, zahlst du eine Strafgebühr oder ähnlich. Hm, nee, so leicht geht das leider nicht. Denn, so heißt es hier, der Eigentümerverband Haus & Grund übt scharfe Kritik in der geplanten Richtlinie für Millionen Gebäude. Denn in Europa bedeutet sie das aus, und jetzt kommt's, in Deutschland sind es nach Schätzung des Verbands etwa 3 Millionen Häuser, die in zwei Stufen ab 2030 und 2023 nicht mehr genutzt werden dürfen. Das ist die komplette Enteignung durch diese Begründung. Für viele Gebäude der Energieeffizienzklassen oder Energieklassen F und G wird eine Sanierung keine Option sein, sagt er nämlich hier. Für viele private Eigentümer beendet die EU damit den Traum von den eigenen vier Wänden. Leute, was hier los ist, was hier passiert, kannst du dir nicht mehr ausdenken. Aber ich hatte das ganze Video auch eingeleitet mit Robert Habeck. Und Robert Habeck steckt meiner Meinung nach da irgendwie mit drin, sodass wir jetzt hier einen paar Tage alten Artikel in der Welt sehen. Hilfe von Habeck. Werbepumpenbesitzer bekommen ihr Strompreisprivileg. Und da geht es speziell darum, wer jetzt hingegangen ist in den letzten Jahren oder auch in diesem Jahr. Und hat eine Wärmepumpe installiert. Luftwärmepumpe, wenn viele euch können, die läuft halt über Strom. Die sollen einen günstigeren Strompreis bekommen. Und das gibt es ja beispielsweise, wenn man eine Fußbodenheizung auf Strom hat, dass man so einen Nachttarif hat. Und sowas ähnliches plant jetzt Habeck hier auch für Wärmepumpenbesitzer. Denn allein in diesem Jahr, und ich habe die Zahl wirklich dreimal gelesen, um das zu glauben, sind 230.000 Wärmepumpen installiert worden. Und ich weiß das von einem Bekannten von mir, 1980er Haus, versucht auch eine Wärmepumpe zu machen. Der hat bereits Ende letzten Jahres mit dem Installateur gesprochen. Und er sagte, ja, ich baue Ihnen gerne einen ein. In anderthalb Jahren können wir darüber sprechen. Da habe ich voraussichtlich Zeit. Das ist kein Witz, Leute. Erstens, die Zeit der Handwerker ist ein ganz großes Problem. Und ja, dann auch für alle Betroffenen, die aus ihren Wohnungen oder Häusern vielleicht wirklich rauskomplementiert werden. Wie wir das gerade eben gehört haben, dass die EU sowas ja sogar in Erwägung zieht, wenn es nicht geändert wird von der Energieeffizienz. Und genauso zweitens, also die Arbeitereimer. Und die zweite, die Verfügbarkeit der Heizungen alleine. Die sind auf Jahre hinweg ausverkauft. Wenn du jetzt eine Wärmepumpe bestellst, hast du Glück, wenn du sie in einem Jahr bekommst. Das ist eine ganz, ganz krasse Nummer. Und zudem kommt natürlich noch bei Robert Habeck das Problem dazu. Er plant zwar jetzt hier zu sagen, ja, ich werde euch entschädigen oder ihr werdet weniger Steuern bezahlen. Ihr bekommt den Strom ein bisschen billiger. Wo soll dieser Strom denn herkommen? Das ist doch die grundlegende Frage, die wieder mal nicht beantwortet wird. Aber das Ganze geht noch weiter. Der Herr Habeck plant hier sogar oder sieht sogar 500.000 Wärmepumpen, die verbaut werden, pro Jahr als machbar an. Bis 2030 sollen in Deutschland 6 Millionen Wärmepumpen installiert sein, heißt es. Der Wirtschaftsminister meint nun nach dem Wärmepumpengipfel, das sei möglich. Wo soll der Strom dafür herkommen, Herr Habeck? Dass wir Gas weiterhin verstromen, macht Sinn, dass wir also weniger Wärmepumpen, Strom zur Verfügung haben? Ich verstehe nicht den Sinn dahinter. Ihr könnt eure Meinung mal unten reinschreiben. Jetzt abschließend noch dazu mein Fazit. Überlegt doch mal, was in den letzten Monaten, in den letzten Jahren in Deutschland alles passiert ist. Wir haben den Zensus gesehen zur Bestandsaufnahme. Wer wohnt denn in was für einer Wohnung? Wie viele Leute wohnen denn da drin? Wir haben die neue Grundsteuer, die mit der Immobilien-Situation in Deutschland zusammenhängt, sodass man natürlich jetzt genau Bescheid weiß. Na, das ist ein Haus, ach, das ist 1980 und so weiter. Ah, da ist ein Älteres, da ist ein Jüngeres. Ja, da wurde aber noch keine Sanierung gemacht oder ähnliches. Wisst ihr Leute, diese Daten, sie werden langsam alle gesammelt, damit man darauf hingehen kann. Lastenausgleich, hatte ich auch ein Video gemacht, etc. pp. Augen auf bei der Wahl. In diesem Sinne, ich bin raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, die Augen geöffnet. Daumen hoch, wenn es so ist. Haut rein, abonniert den Kanal unbedingt, das unterstützt mich. Danke dafür, bis zum nächsten und ciao.